hey Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog heute der süße kleine Hund liegt gerade in die Speich und ich und ich ja da ist ja da ist ja okay wir backen heute Pancakes selber zum Frühstück versuchen es halt wirklich backen hoffentlich fackel ich nicht das fremde Haus hier ab okay bis später okay hier sind die Zutaten 200 Gramm Mehl ein halber Teelöffel Salz ein Esslöffel Backpulver 350 Milliliter Milch einen Esslöffel Honig und zwei Eier und Butter zum herausbraten und hier ist die Waage da ist der Tee bis später so jetzt vermischen wir alles zusammen sie macht es weil ich es nicht kann jetzt kommt Salz jetzt kommen die Eier jetzt kommt die Milch bisschen eklig sieht es aus und jetzt kommt Honig wenn man das Glas nicht aufkriegt du Panzer Teeb rundherum Gott halt die Kamera wenn man zu dumm ist ein Honigglas aufzumachen alles klar jetzt auch nicht auf doch sie macht gerade Honigcreme wie ich gerade aufbekommen habe so jetzt verrühre ich es soll ich nehmen? ja okay so sie verrückt gerade wenn ich es nicht kann sie wird es jetzt versuchen in der Ketchupflasche zu fallen genau sie wird es jetzt versuchen in der Ketchupflasche zu füllen Darf ich das wo hinkriegen? Ich glaube nicht. Hinge, sieht man doch, dass du es hinbekommst. Naja, am Ende. Ja, was machen wir? Hinbekommen. Wir machen gerade so einen Tee. Und das, das und das. Und da kommt der komische Hund. Schreibt in die Kommentare, wie euch das gestrige Video gefallen hat. Okay, bis bitte. Okay. So, sie macht jetzt den Keks. Alles gleich ist in Geistring. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Mach das nicht. So, hoffentlich schmeißt nicht die Öle. Das ist gut, aber ja. Das ist da so ein bisschen. Sieht eigentlich wie schön aus. Okay, das reicht jetzt mal. So, das erste ist gleich fertig. Wie lange so dumm ist es drauf zu kriegen. Tja, hübsch. Das erste ist fertig. Das ist geil aus. Das ist geil aus. Alter, Tim. Ja, sieht ein bisschen braun aus. Aber das ist so schlimm. Nicht ein bisschen. Ein bisschen sehr. Okay, sieht gerade drei gemacht. Drei. 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 Ja, bis später. Andere Leitung kommt. Und zerläuft. Und der Tee ist fertig. Okay. Alles klar. Ich kann's auch. Seht ihr? Ich kann's. Fertig. Ich film immer daneben. Okay. Unter den strengsten Augen von der Chefköche. Bis später. Wir sind jetzt fertig. Da drüben sind Pfannkuchen. Ich zeig's euch. Sorry. Es sind Pancakes. Da ist irgendwo ein Bibi dabei. Hallo. Bibi ist weg. Bis später. So, wir richten das jetzt an. Hier. Da ist eine Banane. Tee. Tee. Pancakes. Bis später. Alles klar. Fertig. Hier ist meins. Da ist Iris. Iris. Iris sieht geil aus. Bei mir sind's auch Banane. Hier ist die. Da ist Brille. Da ist Besteck. Und bis später. Oh, so. Die Kleine ist grad auf mich drauf gesprungen. Hallo. Ähm. Ja gut. Jetzt liegt sie auch hier. Oh. Oh. Äh. Ich wollte nur kurz sagen. Lass mir gleich weggehen. Oh. Au. Ihre Füße sind nass. Bis später. Wir ziehen diesen kleinen Schüschenhund. Gerade die Leinen. Also sie. So macht man das. So. So. Ein bisschen fett geworden. Oh Gott. Das muss ich nur nachstehen. Mach kurz auf den Hals. Jetzt sind grad die Hundeleine umgelegt. So. Tschüschenhund. Das Video wär zu lang wenn du so viel Scheiße reinschneidest. Okay Leute. Wir gehen jetzt mit dem kleinen Schüschen Racka da unten. Spazieren. Auf dem Feld. Und dann melde ich mich wieder am Feld. Okay. Wir sind gleich am Feld. Und der Hund macht was er möchte. Da vorne ist das Feld. Ich mach jetzt keine Karte. Mach auf Pause. So Leute. Wir sind jetzt hier am Feld. Wir sind jetzt hier am Feld. Und da ist eine Trau. Und beim Künstler ist peinlich süß. So. So. Wir sind jetzt hier am Feld. Und ja. Ich habe eine Frage. Söllen wir hier mal ein Instagram Video machen? Ja oder nein? So. Hier ist der Weg. Und wir gehen jetzt ins Feld. Und das Gras ist richtig hoch. Und nass. Und ich habe jetzt ein Brennnessel drin. Na ja. So wir hoppeln Hase. Hoppeln Hase. Hoppeln Hase. Hoppeln Hase. Lass ihn mal laufen. Wie ist er laufen? Ja. Hoppeln Hase. Weiter. So Leute, wir sind hier wieder am Weg und gehen jetzt da hinunter entlang, da ist noch frei, da ist noch Zeit, da ist alles noch vollkommen gut. Sorry, mein Finger waren gerade im Bild. Okay, es ist hier 10.55 Uhr und keine Ahnung, was das sein soll. Okay, wir haben 10.57 Uhr. Und das Wetter ist mega schön. Das ist wirklich mega schön. Ja. Magst du sagen? Also wir gehen hier ganz normal und dann dreht sich meine Kamera um und zieht die Hollenburgbrücke. Da drüben über die Hollenburgbrücke bin ich gestern gefahren und da habe ich gesagt, da ist das Wasser. Und das ist übrigens 11.26 Uhr. Und da läuft ein Hund herum. Habt ihr das gesehen, sie über den Zaun geflogen? Es ist wieder drinnen. Oh mein Gott. Okay, also eine kurze Story. Wir gehen mit dem selben Hund wie jetzt gerade. Ohne Leine. Ohne Leine im Wald spazieren. Sie kann das. Aber das war da hinten. Ja. Ich und sie sind hinunter zum Bach gegangen. Wollten uns das Wasser anschauen. Sie ist schon rauf gelaufen. Was ist das? Ja. Sie ist schon vorgelaufen und ja. Und dann ist sie in einem fremden Garten durch den Zaun geschlüpft. Jetzt kommen wir da oben. Genau. Richtig schön hier. Das Wasser ist voll verrückt. Mhm. Und sie wird mal eine runde Baden. Naja. Und ich setze mich hier in meinem Zaun nicht. So. Wir sitzen hier gerade auf einem Stein. Okay. Großen Stein. Und da ist das Wasser. Überhin ist die Brücke. Und tschüss. So. Hah. Und Heine und Maxi. Gönner nicht. Ja gut. Tschüss. Okay, wir gehen jetzt noch runter bis zur Brücke und dann gehen wir nach Hause, waschen deine süßen Maus da, die Pfoten, Mittagessen fressen. Mittagessen kochen erst. Genau. Und dann sehen wir uns wieder. Bis später. So, wir sind jetzt zu Hause. Jetzt verwaschen wir die kleinen Pfoten, Mittagessen, dann sehen wir uns wieder. Okay, Leute, das war es jetzt mit diesem Video. Ich war jetzt zu einem Geburtstag. Und ja, lasst ein Abo und einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Also bis morgen.